Bei KFC haben wir schon wieder Paras geschoben. Wir dachten, alle Menschen sind Aliens. Wir durften die Leute nicht berühren, unter keinen Umständen. Als uns der Typ das Wechselgeld in die Hand geben will, konnten wir den Schein nur mit spitzen Fingern nehmen, damit wir ihn nicht anfassen mussten. Wir sagten ihm, dass er die Chicken Wings auf den Tresen tun soll, weil wir ihm die nicht aus der Hand nehmen konnten. Das war total krank, aber es ging nicht anders. Die Aliens hätten uns sonst getötet. Auch beiisson Dortmisch. Ge PO salt K15 K15 Reg得 K15 Skr K15 K15